Haben Sie Feuer? Sicher. Wissen Sie was? Sie haben wirklich eine nette Figur. Ich meine, ich... Sie... Sie sind ein netter Kerl. Aber... Sie haben bildschöne... bildschöne Augen. Und... und Sie haben eine reizende Familie. Wollen Sie sich mit mir um neun noch vor dem Frieden treffen? Wissen Sie ernst? Wirklich? Ich würde Sie sonst wohl treffen, wenn Sie wollen am Ende der Welt. Leila, die Negrin. Es ist die alte Herr. Was hat sie gesagt? Ich glaube, sie hat gesagt, dass sie mich um neun Uhr vor dem Frieden treffen will. Sie... du mal... Sie hat das wirklich gesagt? Genau das hat sie gesagt. Ich glaube, ich bin mir doch nicht wirklich geschafft. Das ist die unglaublichste Geschichte, die mir in jedem Leben passiert ist. Wirklich? 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 Little Boy Blue, come blow your top, cut right down to the quake. Don't sit down and cry on the 4th of July, around you're hitting the bricks. Abracadabra, no, she's disappeared, everything's gonna dry. So wash your behavior and rattle your cage with a bottle of bourbon, goodbye. Little Boy Blue, lost a little poor peep, she fell through a hole in the nest. Now ain't it peculiar that she's finally cooled your big wheels like all the rest? Whenever it rains, the umbrellas complain, they always get played for a chump. So mock it and strike it, she's history now, and you're hanging out at the pump. Thank you.